Olaf Ödelag fliegt in die Luft. Ein postfaktischer Roman, Episode 16. Olaf Ödelag und der Psychiater Hermann in der Unterwelt. In völliger Dunkelheit, nach einer gewissen Zeitspanne, ereignet sich folgendes Gespräch. Olaf Ödelag. Ich bin hier bei 1500. Psychiater Hermann. Das kann nicht sein. Ich bin erst bei 1387. Die Füsse tun mir weh. Olaf Ödelag. Es ist doch nicht möglich, sich um ganze 200 Stufen zu verzählen. Psychiater Hermann. Hätte ich allein gezählt, wäre ich mir sicher, dass es bis hier 3000, nein, 1300, nein. Oh verdammt, ich habe vergessen, wo ich war. Du hast mich durcheinander gebracht. Olaf Ödelag. Keiner von uns beiden weiss jetzt, wie viele Stufen es sind. Psychiater Hermann. Dann war das Zählen umsonst. Olaf Ödelag. Aber es kann nur eine eindeutige, ganzzahlige Anzahl von Stufen sein. Und wenn es diese Anzahl gibt, dann muss es auch einen geben, der sie weiss. Und das muss Gott sein. Hier, statt der genauen Anzahl der Stufen, habe ich einen Gottesbeweis gefunden. Psychiater Hermann. Das ist sehr beruhigend. Olaf Ödelag. Was? Psychiater Hermann. Dass es einen Gott gibt und dass man das beweisen kann. Olaf Ödelag. Ja, weil es einen geben muss, der weiss, wie viele Stufen es sind, da es eine eindeutige und ganzzahlige Stufenanzahl sein muss. Und da wir es nicht wissen. Psychiater Hermann. Aber es könnte auch der sein, der die Stufen in Beton gegossen hat. Olaf Ödelag. Was könnte der sein? Psychiater Hermann. Jener, der die genaue, eindeutige und ganzzahlige Anzahl weiss. Olaf Ödelag. Zu Beginn waren die Stufen noch in Fels gehauen. Psychiater Hermann. Du siehst ja, sie sind aus Beton. Olaf Ödelag. Ja, tatsächlich, ich sehe. Haben sich unsere Augen an die Dunkelheit gewöhnt? Psychiater Hermann. Denken wir mal logisch. Als Wikinger sind wir gestartet und jetzt steigen wir in die Unterwelt. Wie ist die Unterwelt bei den Wikingern? Olaf Ödelag. Da gibt es mehrere. Entweder wir kommen nach Helheim, da brennt ewiges Feuer. Oder nach Niflheim, ewiges Eis. Es wird entweder sehr heiß oder sehr kalt. Bis jetzt ist weder vom einen noch vom anderen etwas zu merken. Psychiater Hermann. Seit ich die Wikingerkleider trage, merke ich beides zugleich. Olaf Ödelag. Stimmt, die Unterwelt ist also nicht mehr so weit weg. Psychiater Hermann. Schau, da unten ist der Ausgang. Olaf Ödelag. Es sieht so aus wie ein Autogeschäft. Psychiater Hermann. Nein, es sieht so aus wie eine U-Bahn-Station. Olaf Ödelag. Wir hätten die Rolltreppe nehmen sollen. So eine lange Treppe ist eine Zumutung. Psychiater Hermann. Für eine U-Bahn ist es zu zwielichtig. Es fehlt auch die leise klassische Musik. Die spielt man, weil man in U-Bahnen statistisch herausgefunden hat, dass dadurch die Kriminalität abnimmt. Olaf Ödelag. Also, keine klassische Musik, keine Rolltreppe, Zwielicht. Es ist doch die Unterwelt. Psychiater Hermann. Statt der Geleise ist da ein Fluss aus Wasser. Gibt es in der nordischen Mythologie auch so einen Fluss? Olaf Ödelag. Doch, sicherlich. Slidur ist ein Fluss, der durch die Unterwelt fließt. Er kommt in der Edda im Lied Grimnismal vor. Der Fluss Slidur kommt aus dem Gifttal, fließt ostwärts durch die Welt der Hehl und führt Dolche und Schwerter mit sich. Ein Strom wälzt ostwärts durch Eitertäler, Schlamm und Schwerter, der Slidur heißt. Nach der Gülfaginning in der Snorra Edda entspringt Slidur der Quelle Schwegelmier in Niflheim. Psychiater Hermann. Soweit ich sehe, fließt hier nur Wasser und keine Schwerter. Olaf Ödelag beugte sich vor und rührte mit seinem Schwert im Wasser. Enttäuscht bestätigte er. Nein, ich kann auch keine Schwerter herausfischen. Aber hier fließt Wasser. Sicher schwimmt hier irgendwo die Midgard-Schlange. Ich denke, der haben wir vor kurzer Zeit gerade ihre Augen ausgestochen. Warf Hermann ein. Ich weiss genauso wenig wie du. Erinnerte ihn Olaf Ödelag. Unschlüssig standen die beiden im Zwielicht am betonierten Rand des Flusses, der tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit mit einer U-Bahn hatte. Kein Niflheim, kein Helheim, keine Schwerter im Fluss, konstatierte Olaf Ödelag. Wir sind definitiv sicher nicht in der Unterwelt. Natürlich ist hier die Unterwelt, sagte plötzlich eine Stimme. Vom Wasser her kam eine Barke immer näher. Der Gondoliere machte direkt vor den beiden Halt. Mein Name ist Charon. Dieser Fluss ist der Styx. Er hielt die Hand auf. Gebt mir den Obolus für die Überfahrt. Der Psychiater holte aus der Tragetasche, die an seinem Gürtel befestigt war, seine Geldtasche hervor. Was kostet die Fahrt? Ich bezahle für uns beide. Das reicht nicht einmal als Anzahlung. Ich will keine Zettel, ich will eine Münze aus Gold. Rief Charon, als er die Banknoten in Hermanns Geldtasche erblickte. Und zwar eine für dich und eine weitere für dich. Und er deutete zuerst auf Olaf Ödelag und dann auf Hermann. Wir haben keine Goldmünzen. Wir waren nicht auf die altgriechische Unterwelt vorbereitet, erklärte Hermann. Die griechische Kultur ist zwar allgemein die Wiege der mitteleuropäischen Kultur und zugegebenermassen stammen wir beide aus Deutschland, aber hier in Norwegen, beim Udyr-Wikinglag, konnten wir doch unmöglich ahnen. Schon gut, lenkte Charon ein. Es gibt auch eine zweite Möglichkeit für die Überfahrt. Er kramte in seinen Taschen und fischte zwei zusammengefaltete Papierbögen heraus und zwei Bleistifte, die er den beiden Wikingern reichte. Füllt einfach diese Formulare aus. Ich kenne diesen Zettel, rief Olaf Ödelag überrascht aus. Es handelt sich um ein völlig veraltetes Formular. Er öffnete den Bogen und deutete auf die erste Frage, die ihnen stand. Hier muss man per Hand die dritte Wurzel ausrechnen. Das haben wir in der Schule gar nicht gelernt. Stimmt, bestätigte Hermann, der auch die dritte Wurzelfrage in seinem Zettel entdeckt hatte. Wir haben zwar einmal gelernt, wie man die Quadratwurzel zieht, aber auch das kann ich nicht mehr. Ich habe sogar vergessen, wie man dividiert. Es ist das falsche Formular, wiederholte Olaf Ödelag. Hier ist ein grober Formfehler geschehen und ich verlange unverzüglich, mit meinem Anwalt zu telefonieren. Sharon sagte, In der Unterwelt gibt es kein Telefon, aber wenn ihr keinen Obolus habt und keine dritte Wurzel ausrechnen könnt, kann ich euch nicht über den Fluss bringen. Und mit diesen Worten begann er, mit seiner Barke davon zu rudern. Dann müssen wir hundert Jahre warten, stöhnte der Psychologe. Woher weisst du das? Fragte ihn Olaf Ödelag. Ich habe Medizin studiert und musste Griechisch und Latein lernen. Da kam auch die griechische Mythologie vor. Was muss man alles wissen, um in dieser Mythologie eine bessere Chance zu haben? Fragte Olaf Ödelag weiter. Ich bin mir nicht sicher. Wir könnten im Wasser des Stücks baden, dann werden wir unverwundbar. Der Held Achille wurde von seiner Mutter Tetis darin gebadet. Nur die Ferse, an der sie ihn dabei festhielt, war danach noch verwundbar. Andererseits soll Alexander der Große mit dem Wasser des Stücks vergiftet worden sein. Wir könnten darin schwimmen und achtgeben dabei, kein Wasser in den Mund zu bekommen. Ich weiss nicht recht. Immer besser, als hundert Jahre zu warten. Auch wenn wir unverwundbar wären, müssten wir hundert Jahre warten. Wir steigen die Treppe wieder nach oben und versuchen, ob wir nicht doch irgendwie hinauskommen. Inzwischen hat sich das giftige Gas des blauen Seepferdchens sicher verzogen. Entschied Olaf Ödelag. Genau in diesem Moment ertönte eine krachende Lautsprecherstimme. Gritte, Achtung, Zug fährt durch. Bitte zurücktreten. Kchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchch sagte Hermann und die beiden wandten sich wieder der Treppe zu. Dann kam die Bahn. Die Gleise mussten sich wenige Zentimeter unter der Wasseroberfläche befinden und als der Zug durchrauschte, spritzte das Wassermeter hoch. Glaubst du, jetzt sind wir unverwundbar? fragte Olaf Ödelag, da sie beide völlig durchnässt und nun frierend am Flussrand standen. Nein, das glaube ich nicht, antwortete Hermann und dann ging er wild entschlossen die Treppe hoch, da er hoffte, der lange Aufstieg helfe vielleicht gegen die Kälte. Sie waren schon dort angelangt, wo das Zwielicht, das unten herrschte, der völligen Dunkelheit gewichen war. Da hörten sie wieder von unten, ganz leise, den krachenden Lautsprecher mit einer neuen Durchsage. Mit der Fahrplanmäßigen Ankunft um 10.42 Uhr fährt ein. So schnell sie es vermochten, hasteten sie die Treppe wieder nach unten. Ein Zug fuhr ein und hielt. Olaf Ödelag und Hermann erreichten ihn, drückten auf den Knopf an der Tür, sie öffnete sich und die beiden konnten einsteigen. Es war ein Großraumwagen und alle Plätze waren leer. Hier drinnen war es deutlich heller und geheizt. Leise, klassische Musik ertönte aus den Lautsprechern. Die Bahn fuhr wieder los. Siehst du, wir müssen nicht 100 Jahre warten, sagte Olaf Ödelag zufrieden, als sei es sein Verdienst, dass sie jetzt in einem Zug saßen. Außer in dem Fall, dass dies einer jener Unterweltszüge ist, deren Fahrtdauer von einer Station zur nächsten 100 Jahre dauert, bemerkte Hermann. Dann setzten sich beide und wussten nicht mehr, was es zu sagen gab. Da das Licht im Wageninneren so viel heller war als das Dämmerlicht draussen, konnte man durch die Fenster nichts erkennen. Olaf Ödelag wurde von einer Stimme geweckt, die Ihre Fahrkarte bitte befahl. Er schlug die Augen auf und sah einen schwarz uniformierten Menschen, der einen Helm mit Plexiglasvisier trug, sodass man dessen Gesicht nicht erkennen konnte. Hermann fragte sogleich, Wohin fährt dieser Zug? Der uniformierte Schaffner aber sagte nur, Sie müssen Ihren Fahrschein zeigen. Hermann holte wieder seine Geldtasche hervor. Wir haben keinen Fahrschein. Wir müssen ihn im Zug nachlösen. Bitte sagen Sie uns, was es kostet und wohin dieser Zug fährt. Nachlösen ist nicht möglich, sagte der Kontrolleur grimmig. Wenn Sie keinen Fahrschein haben, werden Sie erschossen. Und er zog lässig seine Pistole aus dem Halfter. Da gab Olaf Ödelag einen Schrei von sich und rammte dem Kontrolleur sein Schwert in den Bauch und zwar mit derartigem Schwung, dass die blutige Spitze am Rücken wieder hervortrat. Zugleich schoss der Schaffner mit der Pistole. Er traf weder Olaf noch Hermann, aber eine Scheibe im Wagen zersplitterte. Der kalte Fahrtwind erfüllte den Waggon und die Fahrgeräusche waren nunmehr so laut, dass von der leisen klassischen Musik nichts mehr zu hören war. Bist du verrückt? schrie Hermann. Du kannst doch nicht einfach Leute niederstechen. Der Kontrolleur ist verrückt. Er hätte uns erschossen. Entgegnete Olaf Ödelag und zog sein Schwert aus dem Körper des Schaffners, der wie ein Sack zu Boden gefallen war. Lass uns in den nächsten Waggon gehen. Hier ist es zu kalt und halt auch du dich bereit. Sollte ein weiterer Kontrolleur auftauchen, müssen wir schneller sein. Auch dein Wikingerkleid ist blutbesudelt und wenn er die Leiche hier sieht, wird er nicht erst nach der Fahrkarte fragen, bevor er schießt. Sollen wir denn nicht besser seine Pistole mitnehmen? Ich habe noch nie mit einer Pistole geschossen. Mit dem Schwert fühle ich mich beschützt. Nimm du sie, wenn du dich damit sicherer fühlst. Ich fühle mich überhaupt nicht sicher. Protestierte Hermann, doch er folgte Olaf Ödelag in den nächsten Waggon, der in der Tat auch geheizt war und in dem wieder die leise, klassische Musik zu hören war. Zu ihrem Erstaunen saßen in diesem Waggon einige wenige Leute. Hermann ging gleich auf eine Frau zu und fragte sich höflich, ob sie wisse, wohin der Zug fahre. Die nächste Station heisst antwortete sie und wir kommen bald dort an. Aber wie war das nochmal? Davon habe ich noch nie gehört. Ja, in diesem Teil des Landes sind die Ortsnamen sehr schwer auszusprechen. Würden Sie so nett sein und mir sagen, wo Sie eingestiegen sind? Ich bin in eingestiegen. Ist die Endstation dieser Bahn, dann muss ich umsteigen. Wohin müssen Sie denn? Wir müssen nach Hemnes fahren, sagte Olaf Ödelag. Die Frau erschrak, weil sie erst jetzt das blutbeschmierte Schwert bemerkte, das Olaf Ödelag immer noch in der Hand hielt. Es tut mir leid, da sind Sie ganz falsch, sagte sie mit angstvoller Stimme. Von Hemnes habe ich noch nie gehört. Zugleich ertönte aus den Lautsprechern des Zuges Endstation Umstiegsmöglichkeiten nach um 15.15 Uhr auf Gleis 3 nach um 15.18 Uhr auf Gleis 7 und nach um 16.05 Uhr auf Gleis 1. Dieser Zug endet hier. Bitte alle aussteigen. Tatsächlich sahen sie durchs Fenster ein Schild mit der Aufschrift und der Zug blieb stehen. Hermann hatte gehofft, dass sie im Wirrwarr des Bahnhofs untertauchen könnten oder zumindest nicht auffallen würden, doch keiner von den wenigen Leuten, die hier im Bahnhofsgelände hin und her gingen, war als Wikinger gekleidet. Alle trugen graue Anzüge und sahen ganz anonym und normal aus. Wir gehen diese Treppe empor und dann raus, so schnell wir nur können, flüsterte Hermann Olaf Oedelag zu, der lieber die Rolltreppe genommen hätte. Auch auf diesem Stockwerk waren nur wenige Leute unterwegs, alle unauffällig und grau in Grau gekleidet. Es war eine große, graue Halle, von der verschiedene Gänge abzweigten, beschildert mit Schriften wie A12, F25B, Richtung An den nackten Betonwänden waren weder Werbeplakate noch Graffitis zu sehen. Geschäfte schien es auch keine zu geben. Olaf Oedelag meinte, in der Ferne einen Uniformierten erspäht zu haben, womöglich mit Helm und Pistole wie der Kontrolleur im Zug und er zog den Psychologen schnell in einen Seitengang, der zu einer weiteren Treppe nach oben führte. Wieder ein neues Stockwerk, alles grauer Beton, noch mehr Schilder, M5V, G21, sowie nach Müssen wir jetzt wieder 2000 Stufen nach oben gehen? Ich hoffe nicht. Dort drüben scheint wieder einer mit schwarzer Uniform zu sein. Ich sehe ihn nicht, aber wir biegen besser ab, bevor wir gesehen werden. Hier gehen nur Treppen nach unten. Dann kehren wir um. Ich will nach oben. Nicht rennen, das fällt noch mehr auf. Dort drüben, eine Treppe nach oben. Okay, die nehmen wir.